In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr dieses süße Blümchenmuster machen könnt. Also ich habe es jetzt einmal Blümchenmuster genannt. Das sieht so ein bisschen für mich danach aus. Das ist einfach mit ein paar Zugmaschen wirklich, wirklich einfach zu machen und macht echt Spaß und streckt sich sehr, sehr, sehr schnell. Wie ihr hier sehen könnt, ich habe tatsächlich das Muster toe-up gestrickt, einfach damit die Blümchen quasi dann so nach oben schauen. Denn wenn nicht, ich zeig das mal, also wenn ihr quasi cuff down streckt, von oben anfängt, dann zeigen die Blümchen so nach unten. Sieht auch schick aus, kann man auch machen. Ich wollte sie wie gesagt nach oben gerichtet haben, daher habe ich toe-up angefangen. Ich habe hier schon meine Spitze, die habe ich ganz normal nach meiner Anleitung, habe ich ja auch eine hier auf YouTube, kann ich euch das Video mal verlinken, die habe ich schon gestrickt, die habe ich tatsächlich in einer anderen Farbe gestrickt. Einfach weil ich finde, mit dem Grün und dann mit der anderen Wolle zusammen, sieht das wirklich aus wie so eine Blumenwiese. Ich beginne jetzt mit meiner quasi Blumenfarbe. So nenne ich jetzt mal diese Hauptfarbe hier. Und zunächst einmal stricke ich sechs Runden einfach glatt rechts. Ich habe jetzt meine sechs Runden beendet. Ich glaube, ich hatte ganz vergessen zu sagen, ich habe 60 Maschen angeschlagen. Das ist auch, also am besten man hat eine Anzahl, die man durch zehn teilen kann. Dann geht sich das Muster am allereinfachsten aus. So und jetzt in der siebten Runde fangen wir an mit diesen Blüten. Wir stricken zunächst mal zwei Maschen rechts und jetzt stechen wir quasi tiefer und zwar drei Runden. Also eins, zwei, drei und nicht in die Masche, sondern eine hier rüber. Quasi da stechen wir einmal ein und holen uns hier einmal den Faden da raus. Das könnt ihr ruhig wieder hochziehen. Dann stricken wir die zwei Maschen ganz normal rechts ab, stechen nochmal hier in dasselbe Loch und holen uns hier nochmal den Faden raus. Wir können das wieder hier so ein bisschen hochziehen, stricken nochmal zwei Maschen und jetzt wollen wir hier aus dem Loch quasi nochmal einen Faden ziehen. Jetzt wird es schwierig mit der Nadel, deswegen steche ich dann immer die linke Nadel hier rein. Halte das so fest, nehme den Faden hier quasi einmal rum. Und dann kann ich hier nämlich hier, ah, jetzt roll es gerade nicht. Also das ist nicht ganz so einfach, aber man kriegt das dann mit etwas Übung dann schon hin. Hier könnt ihr so ein bisschen sehen, seht ihr, genau das ist der Faden, den ich dann hier ausziehen will. Und dann zieht ihr den wieder so ein bisschen lang. Und dann könnt ihr hier schon sehen, haben wir schon die erste Blüte. Dann als Abstand nehmen wir jetzt sechs Maschen. Und jetzt stechen wir wieder. Also zählen wir eins, zwei, drei und eine Masche, also quasi hier in diese Masche stechen wir ein. Wir holen uns den Faden, versuchen wirklich nur den Faden zu erwischen. So, zwei Maschen stricken und dann nochmal hier in diese selbe Masche hier rein holen uns hier nochmal den Faden. Stricken wieder zwei, machen wieder den Trick hier mit der Nadel. Also ich zeig das nochmal durch den Faden einmal hier so rüber und dann kann man den hier so rausziehen. Und das macht jetzt bis zum Ende der Runde. Also jetzt wieder sechs Maschen und dann wieder diese Blüte machen. Dadurch, dass wir jetzt hier Maschen rausgehoben haben, haben wir natürlich jetzt zu viele Maschen auf den Nadeln. Das heißt, in dieser Runde nehmen wir jetzt wieder Maschen ab. Wir stricken jetzt wieder zwei Maschen, bis wir quasi zu unserer Blüte kommen. Und jetzt stricken wir die ersten zwei Maschen zusammen. Also das heißt, das ist die, die wir ausgehoben haben und die hier. Die beiden stricken wir jetzt zusammen. So, dann stricken wir nochmal eine ab. Stricken wir jetzt wieder die nächsten zwei zusammen. Stricken wir ganz normal eine rechts. Und jetzt stricken wir jetzt wieder die nächsten zwei zusammen. So, und so sieht jetzt unsere Blüte aus. Jetzt stricken wir fünf Maschen bis zur nächsten Blüte. So, und jetzt ist wieder die ersten zwei Maschen. Stricken wir rechts zusammen. Dann eine Masche rechts. Dann zwei Maschen rechts zusammen. Wieder eine Masche rechts. Und jetzt wieder zwei Maschen rechts zusammen. So, das Ganze wieder jetzt so bis zum Ende der Runde. Jetzt haben wir die ersten Blüten. Und jetzt kommen wieder sechs Runden einfach glack rechts drüber. Jetzt wollen wir das Muster einfach ein bisschen versetzen. Das bedeutet, dass die nächsten Blüten quasi hier in der Mitte sein werden. Dazu stricken wir quasi jetzt erstmal sieben Maschen und machen dann unsere Blüte. Die Blüte ist wieder ganz normal wie vorhin auch. Also wir gehen hier eins, zwei, drei rein und eine Masche rüber. Also hier in die. So. Zwei Maschen rechts. Dann nochmal hier rein. Zwei Maschen rechts. Und hier einmal durch. So, jetzt haben wir hier unsere Blüte. Und ihr könnt schon sehen, das ist quasi hier ungefähr in der Mitte zwischen den beiden. Und jetzt sind wieder sechs Maschen Abstand dazwischen. Und jetzt machen wir wieder unsere Blüte. Und das geht jetzt bis zum Ende der Runde so. Und bei der letzten Blüte zeige ich euch. Also nicht wundern. Das wird quasi einmal kurz ein bisschen von den Maschen her sich nicht ganz ausgehen. Ich zeige euch auch, was ihr da macht. So, ihr könnt sehen, ich habe ja schon mal die Blüte angefangen. Habe schon die ersten beiden Schlaufen quasi abgehoben. Und jetzt würden nochmal zwei rechte Maschen folgen. Und hier ist aber quasi meine Runde zu Ende. Das macht nichts. Wir gehen quasi drüber. Das ist nicht ganz so schlimm. Also ich strecke hier die eine Masche noch ab. Und stricke jetzt noch eine von quasi schon der neuen Runde. Und jetzt heben wir hier nochmal ab. Dazu gehe ich jetzt tatsächlich mit der linken Nadel hier rein. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so schlimm. Nachher beim Abnehmen stricken wir quasi die zwei Maschen wieder zusammen. Und dann geht sich das von der Anzahl wieder korrekt aus. Und dadurch haben wir das, wie gesagt, schön versetzt. Und das passt. Das fällt überhaupt nicht mehr auf. Also jetzt kommt wieder die Abnahmerunde. Wie zuvor bei den Blüten hier unten auch. Also es ist, wie gesagt, alles wie ihr gehabt. Letzten Endes sind das eigentlich nur die Runden, die ihr beachten müsst. Und wie gesagt, nachdem ihr natürlich jetzt die Runde hier beendet habt. Als nächstes kommt jetzt eine Abnahmerunde. Und dann kommen sechs Runden glatt rechts oben drüber. Und dann fangt ihr wieder an natürlich mit den Blüten, wo ihr nur zwei Maschen davor streckt. Und so einfach ist das. Und dann hat man hier ein richtig schönes Blütenmotiv. Dann habt ihr es ja gut. Okay.